Taure jetzt ein in die fantastische Welt der digitalen Handletterings und entdecke mit mir zusammen die unendlichen Möglichkeiten solcher digitalen Kunstwerke. Im Digital Lettering Kurs lernst du als erstes ganz schnell, einfach und präzise die Grundlagen von ProGrade. Viel wichtiger ist es aber dann, die verschiedenen Methoden und Techniken kennenzulernen, die du kombinieren kannst, um genau das Ergebnis zu erzielen, was du vor dem geistigen Auge siehst. Neben den hochqualitativen Videos findest du im Kurs passende Übungsblätter und Workbooks, Tools, wie zum Beispiel den Layout-Designer, die allesamt dafür sorgen sollen, dass du wirklich effektiv, zielgerichtet und mit Spaß lernen kannst. Am Ende bist du in der Lage, beeindruckende digitale Handletterings zu erstellen und die beiden Welten aus, analog und digital, nach Bedarf verschmelzen zu lassen. Schnapp dir also iPad und Apple Pencil und fange an mit mir zusammen, wunderbare digitale Handletterings zu entwickeln.